Hallo zusammen, ich bin Talina und ich absolviere meine Kaffee hier in dem Spital Thurgau AG. Ich bin im zweiten Lehrjahr und werde euch heute mit in meinen Berufsalltag mitnehmen. Das Coole an meiner Lehre ist die umfangreiche Ausbildung. Wir durchlaufen zwölf verschiedene Abteilungen in diesen drei Lehrjahren. Von der Buchhaltung über das Personalbüro bis hin zu der Patientadministration. Die erste Abteilung, welche man durchlauft, ist am Empfang. Dort hat man täglich mit Patienten und verschiedenen Leuten zu tun. Man lernt das Spital besser kennen, was auch mit den weiteren Abteilungen sehr hilfreich ist. Mein Tipp an euch Schüler, schaut so viele Prüfe möglich an, um den Prüf von eurem besten Pass zu finden. Wenn ihr euren Traumberuf gefunden habt, dann gestaltet eure Bewerbung der Firma entsprechend. Hier seht ihr mich im Lager. Meine Aufgaben sind Bestellungen parat machen, Artikel einräumen und noch vieles mehr. Das sind keine typischen KV-Arbeiten, machen aber trotzdem extrem viel Spass. Jetzt habt ihr noch einen kleinen Einblick ins Leben als Kauffrau oder Kaufmann hier in dem Spital Thugawa G. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt ihr euch jetzt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020